Heute ist der 19.02.2022, Gedenktag Hanau, zwei Jahre nach den Anschlägen. Wir sind hier vor dem Gorki-Theater, vor einer Gedenkfeier, die das BZI organisiert hat. Und ich bin sehr froh, dass ich als Schirmfrau bei dieser Aktion dabei sein kann. Als BZI wollten wir, dass Hanau die Erinnerung aller wird. Es sollte auf den Straßen stattfinden, damit hier Hanau ist Übergall aufgreifen können. So ist die Idee der bundesweiten Aktion an Außenflächen entstanden. Also haben wir sehr viele Standorte in Kürze gewinnen können. Und es sind immer sehr prominente Stellen, wo auch zufällige Passantinnen und Passanten sich die Erinnerung mitnehmen können, damit wir kollektiv erinnern und kollektiv verändern können. Ja, diese Aktion ist eben wichtig, um das Erinnern an die Opfer rechtsextremistischer Gewalt wach zu halten. Und Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung unserer Demokratie. Und deshalb brauchen wir solche Aktionen wie diese, damit wir diesem Alltagsrassismus und rechter Gewalt die Kraft der Mitmenschlichkeit, der Solidarität und einer demokratischen, solidarischen Zivilgesellschaft entgegensetzen. Bei dieser Aktion ist es auch wichtig, an die Forderung zu erinnern, die wir im letzten Jahr verfasst haben, nämlich eine Enquete-Kommission gegen strukturellen Rassismus im Berliner Abgeordnetenhaus einzurichten. Ich glaube, das ist wichtig, daran zu erinnern, weil wir eine neue Landesregierung haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Enquete-Kommission bald kommen wird. Jetzt sagt mir, wo waren wir, als sie kamen und sie von uns nehmen.